was habe ich denn gemacht ja gut, okay naja so ich habe ihn geteilt das ist meine Gegenstände okay hm arthur sind Sie beschäftigt, arthur? ach, da bist du na was ich weiß, dass du, dass ich nur ein effektor bin was ein Mann von Worten und nicht von Aktion gar nicht ein Mann von allem ich denke, du bist wie ein Eel und ein Oilslick aber noch ein Mann denn ich denke, ich habe etwas interessiert ja hast du noch nie 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 natürlich du hast du noch nie ich weiß ich habe und was ist das Problem mit Stage Coaches? die Arme die Arme die Arme die Arme nicht die Wahrheit ich meine, ist es wert das Robben? manchmal ich weiß aber wenn du mit mir möchtest ich kann dich an ein neues Freund und er wird dir die 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 von die Die Straßen! Denn was kann da vielleicht passieren? Nun, stehe den Weg und wir finden uns. Du hast doch schon einen Bauer hier. Du kennst mich. Hey! Ich liebe Freunde in lowen Pläne. Wie endest du hier hier eigentlich? Ich könnte dir das gleiche von dir fragen. Ich habe hier ein paar Kompetenungen. Ich habe hier ein paar Kompetenungen. Kompetenungen? Was sind die Kompetenungen? Die Kompetenungen? Die Kompetenungen? Und die Räberchen? Unter anden Dinge? Ich hatte ein ziemlich schönes Geschäft. Ich habe hier ein paar Worte. Die Spiegel in eine Goldmine. Ein guter Reaktionungen für den Investoren von einem bestimmten Finanzen. Bis zum... ... das unvergültige Run-In mit der Verordnung. Ja, das ist so. Danke, dass wir uns aufhören, während dem Schaun-Business. Ich habe meine Partie gemacht. Eachine für ihre Kraft, mein Junge. Du kennst, du kennst, du kennst, du kennst, du kennst, du kennst. Das ist eine kleine Stadt. Die Leute sprechen. Ich habe versucht, ihn zu Osea, aber du kennst, wie er ist. Du kennst. einen Blick mal kurz. So, da sind wir wieder. Dann lassen wir mal da die Leute wieder uns quatschen. Gold hidden at the end of some rainbow. Let me present you with something real. So, where exactly are we going? The train station. The clerk there, Alden, ist ziemlich ein Freund. Was? Wo kommst du, Kollege, oder? Wo kommst du, Kollege, oder? Wo kommst du, Kollege, oder? Here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions off. What is it? Huge. Come on. Hang back a bit and let me do the talking. We don't want to scare him off. The cars are still unkind. I've been waiting on that running street for some time. Hello, Alden. Hello, Joe Za. How have you been? Dandy. And you, Rand? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The witness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Here. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us. A fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Joe Za. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Joe Za, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there. A fellow called Hector. He's also one of the... What did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it. Discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden. Or should I say adieu. Oh, adieu, Joe Za. What the hell was that? I thought you might like to see that pantomime. Then... River road through Siltwater Strand, he said. Okay. I think I know a good spot to wait. Follow me. What? Okay, let's go. This way. Hiya. What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. What did I tell you? Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, Strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble, you gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? Alright. Oh, blitzschweiner. Here we are. This is the spot. Okay. This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Well, better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strongbox, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strongbox, and relieve them of their goodies. And how do I open the strongbox, without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping a complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is damson. Oh, very good old, and very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. There it is, right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you, or you'll scupper the whole thing. Yeah. Oh, come on. I hope you don't find out all these suns. Not at all. I'm preparing for the show. This is a freak, yeah? Oh, oh, but I don't know. You say you're a show? It's a small benefit. And crack water. Did you sleep now? Mrs. Chester Damson. Flatter me. I flatter? Stop the coach, my good man! Stop the coach! Whoa! Mrs. Damson, why? Did you stop sleeping? The New York audience, they were rather cruel. New Yorkers are priests and fools, who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Could you? It's such a small show, but... Would you say something for me? I'm looking for a bruise of survival. I don't know. Mrs. Damson. You owe it to West Elizabeth. Why is this guy here? No. Okay. 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 Oh, God. Okay. Oh, God. I got to do. I got to do. Waaah, Eda. Yunger Yunger. Das Ding hätten wir zumachen sollen, wa? Das Ding, das Ding, das Ding, das Ding. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Es war einfach. Du hast alles gemacht. Teamwork, mein Lieber. Teamwork. Hier geht's. Danke. Oh, das ist gut. Geh mal an Aldrin von Zeit zu Zeit. Bis bald, Arthur. Wow. Ah, was haben wir denn jetzt? Gucken wir mal kurz. Ach so. Auf der Karte. Was ist denn das jetzt? Ah, okay. Strawberry ist also auch so ein Typ. Wo wir so was machen können. Was ist das hier? Ach, gemischt. Äh, was haben wir hier noch? Ne, den Helai. Wir haben noch was in der Tasche. Wir haben noch was in der Tasche. So, und wenn wir sagen, ich gehe ins Leia. Mach ein bisschen. So. Wird dunkel. Na, bist doch wohl nicht weggekommen. Komm, Kollege. Ich würde sagen, es ist soweit. Es sind 20 Grad. 20 Uhr. Besser als ich noch einfach verkaufen. Äh. Verkaufen. Ich werde ich da in der Tasche. in der Tasche habe. Ist zu? Okay. Dann müssen wir noch mal hin. So. Achso. Ich wollte gerade sagen. Warte, warte, warte. Das ist ja. So. Auf geht's. Ab nach Hause. Ab in die Koja. So. Cute. Cute, 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 cute. Los geht's! Ja. ob die Kinder was machen können. Nö, anschein nicht. Ich möchte mal wieder Munition. Aber da können wir... Eigentlich in der nächsten Aufnahme machen wir in der nächsten Aufnahme. Und da können wir in der nächsten Aufnahme machen. Soooo. Jut. Ich gehe jetzt erst mal hin. Aber in die Kur hier. Und dann geht's morgen... Wir sind noch morgen, die haben ein paar aufgem. Dann machen wir die noch. So. Und schlafen bis morgen um 8 Uhr. Ja. So. Ah, da ist wieder was zu tun. Good morning. Good morning. So. Aber wenigstens machen wir halt mal. Danke, Arthur. Die Hände brauchen sie. Hm? So. Warte mal. Unser... Unser Lager war... Da ist nämlich noch inner. Da ist nämlich noch inner. So. Ach, Holzhacken. Ist auch wieder angesagt. Boah. Ist auch ernst schön neblich hier. Muss ich da sagen. So. Ach, das ist... Hm? Ne, das machen wir. Das machen wir. Ne, nicht jetzt. Ich hab hier ein bisschen was zu tun. Unser Lagerbewohner müssen ja auch ein bisschen zufrieden mit mir sein. Kann ja nicht hier nur... durch die Jinkgeschichte rumwandern und... am Ende... geht der Anja Arsch da. So. Los geht's. Let's move... they're just... first of now comments. What is. Andrew? The dennis will conduct everythings. So. Ja, das Holzsacken tun wir noch. Ah, das ist noch der Hitz. Ja, das ist noch der Hitz. Ja, das ist noch der Hitz. Ja. 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 Okay. Wahnsinn. Ja. Da Animalite. wenden wir erstmal hier die Aufnahme an diesen schönen Fluss. Ja, an diesen schönen Fluss. An diesen schönen Fluss verabschieden wir uns und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.